Hallo zusammen, ein kleiner Veranstaltungshinweis und zwar werde ich am 9. Juni auf der GPN21 in Karlsruhe einen kleinen Vortrag halten zum Thema Obskure Features, drollige Eigenheiten und protokollbedingte Systemgrenzen des Europäischen Zugbeeinflusungssystems ETCS. Das wird nach derzeitiger Planung um 16.50 Uhr im Medienteater des Zentrums für Kunst und Medien in der Lorenzstraße in Karlsruhe stattfinden. Das ist ein Gebäude unmittelbar hinter dem Eisenbahnbundesamt in Karlsruhe bzw. dem Generalbundesanwalt. Die Veranstalter haben für den 9. Juni einen richtigen kleinen bahnbezogenen Vortragstrack organisiert. Es geht los morgens um 10 Uhr mit einem Vortrag von Jedi zum Thema Macht Digitalisierung Züge pünktlicher. Das wird bestimmt interessant. Dann um 15 Uhr ein Vortrag zum Karlsruher Modell. Die GPN findet ja in Karlsruhe statt, da ist dieser Vortrag sozusagen das Lokalkolorit. Um 16.15 Uhr wieder Jedi zum Thema das Deutschlandticket als digitales Abo. Was kann da schon schief gehen? Darf ich an dieser Stelle mal einwerfen, wie unglaublich es mich aufregt, dass der Bundesverkehrsminister entschieden hat, dass das Deutschlandticket unbedingt als ausschließlich digitales Ticket angeboten werden muss. Und ich finde das äußerst ärgerlich, dass ich mir so ein Ticket nicht einfach mal am Automaten holen kann, wenn ich denn mal eins brauche. Ich brauche es nämlich nicht jeden Monat. Um 16.50 Uhr, wie gesagt, mein Vortrag und danach geht es dann weiter mit einem kleinen Bahn-Bubble-Meetup, wo wir Eisenbahn-Nerds uns dann für eine Stunde zum Klönen treffen. Um 20.30 Uhr, Marudor, absoluter Experte zum Thema der diversen Fahrplan-APIs der Deutschen Bahn, mit einem Vortrag zu genau diesem Thema Bahn-API-Chaos. Und zu später Stunde um 21.50 Uhr dann, warum es leichter ist, ausländische Webseiten aufzurufen, als mit dem Zug ins Ausland zu fahren. Von Oliver Knapp, der bei DB Netz in der Abteilung für Informationssicherheit arbeitet. Wie bei Veranstaltungen dieser Art üblich, wird es im Nachgang sicherlich dann auch Videoaufzeichnungen der Vorträge geben. Das heißt, es wäre auch durchaus eine gültige Taktik, anstatt um 16.50 Uhr meinen Vortrag zu besuchen, dass man stattdessen zum Beispiel zum Lötenlernen geht, sich mal richtig einen lötet und sich meinen Vortrag dann im Nachgang als Video reinzieht. Das ist auch der Weg für alle, die nicht nach Karlsruhe kommen können oder wollen. Also sobald es irgendwie einen Link zu der Videoaufzeichnung gibt, werde ich das dann twittern oder so. Das Hauptpublikum der GPN sind Hacker und andere technisch Interessierte, die Spaß am Gerät haben. Den muss ich in meinem Vortrag mit Sicherheit nicht mehr erklären, was zum Beispiel eine BCD-codierte Zahl ist oder wie viele Zustände man mit 4 Bit codieren kann, sodass wir in meinem Vortrag mal recht tief in das zwischen den ETCS-Zentralen beziehungsweise den Euro-Balisen und den Fahrzeugen gesprochene Datenprotokoll einsteigen können. GPN, das steht für Gulaschprogrammier-Nacht, was unmissverständlich darauf hinweist, dass es bei dieser Veranstaltung auch was zu essen gibt, nämlich mindestens Gulasch. Der Eintritt ist kostenlos. Die Veranstalter bitten allerdings darum, dass man, wenn möglich, sich vorher anmeldet, unter anderem damit sie wissen, wie viele Zutaten für Gulasch sie einkaufen müssen. Als Goodie für die Anmeldung bekommt man auch ein kostenloses Ticket für den Nahverkehr in Karlsruhe während des Veranstaltungszeitraums. Also, Freitag, 9. Juni, Lorenzstraße 15 in Karlsruhe, im Zentrum für Kunst und Medien. Wir sehen uns, nicht nur auf dieser Welle, sondern dann auch vor Ort.